Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder zurück bei Doctor Who. Schauen wir uns gleich mal hier weiter um. Die Daleks haben das Auge der Zeit gefunden und spielen damit wieder rum. Das ist nicht so gut. Das bedeutet, wir sind auch in das Auge der Zeit gesprungen, zurück in der Zeit und sind in der Dalek-Hauptstadt und wollen eine Falle aufbauen. Das hier ist der Thronsaal vom Imperator, vom Dalek-Imperator. Aha, was haben wir denn hier? Ein, nix, okay. Mal schauen. Oh, ein Collectible Key. Wunderbar. Chocolate! Ja, Jelly Baby. The Doctor's Fountness for Jelly Babies has lasted through many regenerations and with good reason. The well-timed offer of a Jelly Baby has confused monsters, disarmed enemies and sealed friendships. Oh Gott, na, mein Englisch. Hätte ich mal was Vernünftiges gelernt früher. So. Oder wäre einfach zur Schule gegangen. Dann, da ist ja noch etwas. Und das auch noch. Die erste Collectible, wir haben ja gelernt, das Spiel hat Showstopper und bevor ich hier nicht mehr dran komme... Der fünfte Doktor. Schade, den hab ich auch noch nicht wirklich kennengelernt. Er, he wore celery... ...on his lap... ...which would turn purple... ...in the presence of harmful gases and carried a cricket ball in his pocket. His sonic screwdriver has destroyed... ...by a... ...T-Reptile... In 17th century England. Aha, okay. Ich weiß nicht genau, was der Lappel ist, aber sein Schaltschraubendreher wurde wohl im 17. Jahrhundert zerstört. Naja, gut, okay. Kann man mal haben. Ansonsten. Achso, wir kommen. Wir müssen da noch unter. Da in der Mitte haben wir uns noch gar nicht umgeschaut. Und das Ding da oben. Ah, hier, da war der Dalek-Imperator. Drin. Okay, gut. This was a console that used to control... Achso, naja. Das hier haben die benutzt, um... Das Auge der Zeit zu kontrollieren. Moment. Kann ich damit was machen? That's not going to work. Okay. Das funktioniert schon mal nicht. Dann gehen wir nochmal wieder weiter runter. Da war doch bestimmt in der Mitte auch noch irgendwas. Und überhaupt. Da haben wir nix, da haben wir nix. Das ist die andere Seite von dem... ...säurige Raffel. Was ist das? Das... Aha. Dalekanium. Und das liegt in einer Lache mit starker Säure. Also, wenn ich das jetzt irgendwo an den Generator anbringe, dann würde das Elektrizität da rein bringen. Okay. Du siehst doch auch so... Ja, guck an. Siehst du? Das habe ich mir doch gedacht. Ein langes Stück Draht oder so. Ja, okay. Okay. Ja, okay, also unsere hausgemachte Batterie, ah ja, okay, hat das hier zum Laufen gebracht. Da ist jetzt Strom drauf, okay, gut. Schade, okay, das wollte ich auch nochmal probiert haben, ob es denn da nicht noch viel mehr zu sehen gibt. Wenn das Ding da unten an ist, ist das da oben vielleicht jetzt auch an? Würde ich gerne nochmal eben abgeklärt haben. Oh, hoch da. So, bevor wir da wieder irgendwas verlieren. Ne, der ist aus, okay, alles klar. Tschüss. Hey, Amy, na, wie läuft's? Schnecke! Sooo, und ab dafür. Na da. So. Oh. Doktor, ist es wieder passiert? Wir haben Zeit wieder. Der Kronenblocker wird nicht funktionieren. Just hold on, Amy, ich kann dir, ich versuche. Oh, oh. Stay with me, Amy. I'm, I'm okay. Come on. We have to be ready for them. Er hat lange Zugriff zur Sicherheitsabteilung in den unteren Stockwerken. Der Kronenblocker wird nicht mehr funktionieren. Wir schauen uns noch weiter. Wir schauen uns noch weiter runter. Okay. Ist hier jetzt noch irgendwas tolles passiert eigentlich? W-wieso dreht er sich denn nicht? Also. Okay, er kann nur in die Richtung laufen. Okay, jetzt, ah, jetzt kann er sich wieder drehen. That's a Varga plant over there. These vines have a deadly sting. To get past, we'll have to time it carefully. Höh? Was? Ah, wieder sehr schön hier. Ich glaub, ich geh nun mal erst irgendwie in die andere Richtung, mal im Gucken. Äh. Ja. Achso, nicht einmal, ne? Oder? Ja. Even the Sonic won't open this. Ähm. Okay, was passiert hier? Und keiner. Boah, Amy, du bist aber mutig. Meine Güte. Das war schon mal dolle komisch. Amy. Boah. Hilfe. Das ist der Aufzug, der wohl nicht funktionieren wird. Okay. Ist aber auch nichts Schönes drin. Na gut. Freunde, 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 Freunde. Wie geht's denn hier weiter? Was ist das denn? Climb. Okay, da könnte man also... Danke, Doktor. Da ist ein Hole in the floor. Ich seh das grad. Ich bin da rein. Junge. Aber ich will da hinten noch gucken. Warum? Warum geht dieser Mann nicht wieder hoch? Ich hack hier wie blöd auf der Maus rum. Und er geht einfach nicht wieder da hoch. Was liegt da hinten? Das ist doch... Ein... Blöder Showstopper. Menno. Ja, ja, ja. Muss mal zum Virtualizer. Der kann hier jetzt nicht umdrehen. Da liegt noch irgendwas. Das ist auch so eine Rampe. Okay, good. Dann... Nehmen wir das so hin und gehen weiter. Oh, the 10th Doctor. Oh, Janine. Das ist ein Traum, oder? Der 10th Doctor. Saved Queen Victoria from Werewolf and Britain from Harold Saxon, a.k.a. the Master, as well as Rose. He traveled with Mikey, Marta, Donna and Wilfred Mott. Ah, er ist so cool. Er ist so cool. Mit Rose. Es war ein wundervolles Team. Ah, here we are again. Okay. Saving. Good. Hier... Hätten wir noch wieder ein paar Pflänzchen scheinbar. Können wir das nicht abschätzen. Naja, gut. Okay. Das ist der Security-Raum, ne? Mit dem... Da vorne ist dieses große... Große Auge. Security-Auge. Und hier waren die... Die Schaltpaneele. Das ist... Okay. Ah, alles kaputt. Hier lag noch ein Collectible beim letzten Mal. Dieses Mal nicht. Schade. Okay. Pflänzchen. Sei lieb. Ja. Feuer frei. Wow. Was haben wir denn da? Das... If I give it boost, restore power a little. Okay, here. You should do the trick. Set your colonne. Prepare to activate the eye of time. Name. The Supreme Dalek. Who else? What are we gonna do? We have to release the eye before the Daleks activate it. Then the natural timeline will be restored. The Daleks don't crash Earth and Amy Pond was born. Oh, that's great. But how are we gonna get past that bot? Well, like I wouldn't have a plan. Everything we need is in here. Neues Objekt. Denk über einen Plan nach. If I can reverse engineer it, you can interfere with their vision. We just need some parts from the production facility. Oh, I think I know what's coming. Could you pop next door and rustle me up a couple of things while I get started? Gizmo. What do you need? A cup of tea, chocky bickies. A Dalek gun and a Dalek ice stock. I recommend looking for salvage rather than a live one. Yeah, you're so funny. Good luck. Let me open this door for you. Oh, we're playing Amy Pond. Klasse. Yeah, Freunde, there's a collectible. I'm going to play this time. We're going to take a little break. We'll see you in the next episode again. Wenn es denn heißt, wir spielen Amy Pond bei Doctor Who und müssen in die Produktionsanlage ein paar Teile besorgen, so wie es scheint, für den Doktor. Er wollte ja kein Tee oder Plätzchen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye. 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 Vielen Dank.